Willkommen bei der Firma Hofmann Wir werden heute einen Sonotransport von links nach Satellett begleiten Wir transportieren heute ein größeres Industrieanlagenteil Wir werden dadurch eine Gesamtlänge von 26 Meter, 5 Meter Breite und 4,30 Meter Höhe erreichen Der Transport wird mit vier Begleitfahrzeuge von der Firma Fellner begleitet Ein sehr eingespieltes Team Ich habe dann noch zwei Meter, wenn ich rauskomme Der nächste Fahrt kommt, weil wir jetzt hier nicht auf dem Parasite Jawoll Um solche Projekte umzusetzen, braucht man Mitarbeiter, die mit 200 Prozent und vollem Engagement dahinter stehen Danke nur an das ganze Team und besonders an unseren Fahrer Michael, auf der immer viel Verlust ist Ich bin der Michael Hofmann, ich und meine Mannschaft freuen Sie auf das nächste Projekt mit Ihnen Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank